Sag mal, wie lange wolltest du verreisen? Ein Jahr? Weißt du, ich fahr zum ersten Mal mit meiner Freundin in den Urlaub, glaubst du nicht? Dann nur einen Jogginganzug mit. Hier. Ins Kühler. Das hier. Für abends. Warte mal, dann brauchst du natürlich noch irgendwas, was Extravagantes, was Gemustertes. Was in rosa, was grünes, was gelbes, was... Ganz genau. Ja. Ich hab's gewusst. Sie sagt ab. Ja, Carla? Und, wie viele Koffer hast du schon zusammen? Was? Nur einen? Also, ich nehm auch nur das Nötigste mit. Hanna, ich freu mich so. Ja, natürlich fahren wir. Ja. Bernd ist zwar sauer, ach, das ist nicht der Rede wert. Ich hol dich dann später in der Pension ab. Bis dann. Okay. Dann bis später. Ciao. Unserem Ausflug steht nichts mehr im Wege. Na, siehst du. Das wird bestimmt ganz toll. Na klar. Barcelona. Na, nur Carla und ich. Ganz alleine. Ganz alleine. Ganz alleine.